Wir können jetzt nicht einmal so leise sein, oder irgendwie... Nein, jetzt schauen wir, wenn es raus geht. Kannst du noch einmal durchgehen, so wie immer. Jetzt wird es durchlaufen. Ach, richtig. Hat es jetzt geschehen, weil ich nicht... Das ist die Kicht, ja? Ja, genau. Ach, du Scheiß, Alter. Und... Ja, vielleicht... Ja, vielleicht...